natürlich werden auch fenster eingebaut keine frage natürlich wenn ich jetzt reinkommen wird es ziemlich dunkel sein aber das geht dann schon wenn ich fenster eingebaut habe dann sehen wir wieder was so was sagt die uhrzeit oh man es wird immer mehr nein ich trinke gleich noch mal einen schluck und ja 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 äh 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 rumrülpsen so jetzt geht's weiter hier noch trallala nein 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 egal dann machen wir es halt von unten zu kamen 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 wenn hier unten keiner drin ist nee keiner gut da oben war sowieso langweilig so sieht doch nicht schlecht aus ähm in na nana 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 tamtam haben nennen wo haben wir es denn wo ist es denn hier für diesen dreckigen stein warum ich genau das klasse nehmen das ist schon alles absichtigt so so jetzt hier so jetzt weiter mit der scheibe so jetzt hier nach danach hier nach hier nach so dass jetzt noch weg und den hin jedoch schon besser haben wir schon mal mehr licht aber es ist immer noch ein bisschen dunkel so wo am nieder muss man was nehmen was anders das andere ist immer da hier hier nehmen den hier so mhm hm 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 So, okay. Ja, das hier muss alles weg. Nehmen wir mal das da. Aus diesem einen Grund. Nein, keine Scheibe. Ja, so. Jetzt können wir hier auch noch den Fußboden gleich rausmachen. Hier, so, 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 so. Ne, so tief wollte ich ihn eigentlich auch nicht machen. Einfach nur den Fußboden. So. Hier noch der Boden weg. Dann hier noch ein bisschen. Ja, machen wir es gleich ganz. Äh, ne, äh, ne, eigentlich jetzt, eh, mh, scheiße. Hm. Egal. Das ist der altmaste Weg. So. Äh, weg da. Hier, sie, sie, sie. Hm, 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 hm. Dam, 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 dam. Dam. Hier noch weg. Ne, das soll da weg, das... So. Schön Holz ins Strandhaus, das ist doch was Schönes. So. So. Dann hier noch schön so. Tam, tam, so. Ähm, erstmal wieder ein bisschen Musik. Nicht Musik, aber irgendwas. So. Ähm, nur mit auf die Axt. So. So, dann, leh. Da, hier, rein. Die muss ich dicht machen. Dann stürze ich ja mit einmal aus, das Ding kaputt machen, schon in den Boden ein. Das will ich auf gar keinen Fall. So. Komm, komm. Weg mit dir. Dann hier. Dann hier. Schöner Holzboden. So. 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 Hier, zu, 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 Witter sagt mir, ich bin ein richtiger Let's Player, aber du bist besser. Schreiben sie mir. Ja. Gut, da kann ich nicht viel dazu sagen wie, ja, das stimmt. Mehr brauche ich ja dazu jetzt auch nicht sagen, oder? Aber, so. Natürlich bleibt hier nirgends ein Sandboden, egal wo. Ähm, ja, hier auf jeden Fall. Es ist noch ziemlich dunkel. Äh, hinten wird's heller. Jetzt machen wir hier mal zack, zack. Irgendwie eine Tür rein. So. Ähm. Brauchen wir nochmal dieses komische hier. Das da brauchen wir dann nochmal. Äh, nee. Nee. Gott, doch, Gott. Wird noch gar kein Dach drauf. So. Weg da. Äh, nee. So. Wollte ich das. Ich wollte hier eine Wand drin. Und jetzt wird's draußen schon wieder Krabbe Nacht. So. Ja, und hier oben soll's schon hell bleiben, aber ich wollte hier eine Scheibe drin haben, aber eine Stabile, wenn's geht. Also so eine hier. Machen wir hier erstmal noch ein bisschen Licht. So. Äh, nee. Falsch. Falsche Scheibe. Ach, komm schon. Jetzt brauche ich auch nochmal das hier. Ah, nee. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Was baue ich denn hier grad? Ich brauche den da. Für hier und hier. Und jetzt brauche ich wieder die Scheibe. So. Jetzt hier, da, so. Ja, das wird doch schon mal was. Ein bisschen. Also hier ist das Glas schon mal jetzt drin. Jetzt muss ich nur hier. Ja, gut, passt. Jetzt muss ich nur hier kurz irgendwie drauf. Äh. So, hier muss ich jetzt kurz Tam machen. Tam, 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 tam. Die muss ich natürlich jetzt kurz aus. Die nervt mich gerade ziemlich stark. So. Tam, 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 tam. Ähm, tam. Tam, tam, tam. So. Das muss ich jetzt kurz machen. Und hier jetzt. Und jetzt. So. Ja. Passt doch. Äh, nee, passt nicht. Ich muss noch mal raus. Die Leiter. Hm, brauche ich auch noch mal ein Stückchen Leiter. Machen wir das denn. Hier. Statt Türe. Nehmen wir jetzt Leiter. So. Dann müssen wir da hier jetzt noch ein bisschen Stein hin machen. Ja, ist doch nicht schlecht. Kann man doch mit arbeiten. Jetzt machen wir das hier noch weg, was wir hier hingemacht haben, um voll hochzukommen. so. Jetzt ist das gut. Jetzt tun wir hier ein bisschen Schied, ne. So, dass wir hier reinkommen. Zack. Und dann machen wir das auch gleich hier dazu. So, ja. Passt doch. Nur. Der ist nicht von draußen. Der ist von drinnen. Hier können wir auch noch mal so ein Glas reinmachen. Oh. Rieper. Ne, ja. Gut. Jetzt brauche ich den hier. Für hier. Hallo. Weg hier. Weg, 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 weg. Tür zu, Tür zu. Du! Nee! Bleib draußen! Bleib draußen! Nein! Und tschüss! Mann! So! Ist hier eine Massenverz...